Guten Tag, herzlich willkommen auf unserer Internetseite Immobilienprofil-Landau.de Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Andreas Schneider, ich bin Remex Immobilienmakler, seit vielen Jahren hier in Landau tätig und südliche Weinstraße, das sind unsere Kerngebiete und heute sind Sie bei uns auf unserer Homepage gelandet. Vielen herzlichen Dank dafür im Vorgang. Was bieten wir Ihnen hier auf dieser Homepage? Wir werden Ihnen ganz neue Möglichkeiten zeigen, wie man heute eine Immobilie verwalten kann. Aber für Sie ganz hilfreich, vielleicht für den Anfang, getrauen Sie sich noch nicht, mich anzurufen, gar kein Problem. Sie wollen nur wissen, was Ihr Hauswert ist, auch das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben die Möglichkeit für Sie geschaffen, auf unserer Homepage gibt es einen Button, wo Sie Ihre Immobilie bewerten können. Sie geben einfach in dieses Formular Ihre Daten ein, wenn Sie fertig sind mit der Eingabe, schicken Sie es ab und in den nächsten 1-2 Tagen werde ich mich bei Ihnen telefonisch melden. Das Ganze ist natürlich völlig unverbindlich und würde Ihnen sagen, was Ihr Haus denn wert wäre. Um eine genaue Bewertung, Marktanalyse zu machen, müsste ich natürlich vorbeikommen, aber das ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie sagen, hey, den Mann, den Profi, den möchte ich mal kennenlernen, der soll mir mal zeigen, wie funktioniert das Ganze. Ich kann Ihnen alles Mögliche präsentieren von unseren Marketingmaßnahmen, von Luftbildaufnahmen, über Videoaufnahmen. All diese Dinge sind heute voll im Trend, was den Bereich Immobilienverkauf betrifft. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Sie auf unserer Seite sind. Schauen Sie sich die Seite an, klingen Sie sich durch. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Wenn Sie irgendetwas wissen wollen, ich gebe Ihnen gerne Auskunft. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.